Am Flughafen Zürich ist die Herbstzeit auch Fashionzeit. Wie man sieht, sind die spektakulären Kulissen nicht nur bei den Besuchern und Passagieren beliebt, sondern auch bei den Modefotografen. Für die neue Ausgabe der Zeitschrift Annabelle hat man die spezielle Atmosphäre genutzt. Heute haben wir das Annabelle Fotoshooting Team bei uns zu Gast am Flughafen Zürich. Die Annabelle wird dieses Jahr 75 Jahre, ist offizieller Partner von der Mercedes-Benz Fashion Days in Zürich, genau wie der Flughafen Zürich. Und in dem Zusammenhang haben wir heute das ganze Team inklusive der drei Models am Flughafen zu Gast gehabt. Und das Fotoshooting der Swiss Designer, die auch bei der Mercedes-Benz Fashion Days Zürich laufen werden, ist heute am Flughafen Zürich an verschiedenen spannenden Orten gedreht worden. Der Flughafen Zürich ist dieses Jahr wieder die offizielle Offsite-Location der Mercedes-Benz Fashion Days. Diese gehen vom 13. bis 16. November in Zürich über die Bühne. Der Flughafen Zürich steht mit den hauseigenen Fashion Days schon seit Ende September im Zeichen der Mode. Dass die Location Flughafen etwas Besonderes war, sieht man auch bei diesem Shooting. Das Fotoshooting am Flughafen Zürich zu machen, ist sicher deswegen so spannend, weil man die Möglichkeit hat an Plätze zu gehen und Plätze zu zeigen, an die man sonst nicht so oft hin kann. Die Zuschauerterrasse hat sicher einen grossen Anziehungspunkt für alle Besucher, die sonst drauf gehen. Man kann einfach auf dem Flughafen sehen, auch wenn man nicht reist, auch wenn man nirgendwo hinfliegen kann. Man sieht Flugzeuge beim Starten und beim Landen und in dem Setting und Take zu machen, ist auch für jeden Fashion Partner super. Die Zuschauerterrasse ist nicht die einzige, die im Flug zum Set verwandelt worden ist, sondern unter anderem aus Stock E. Für all die, die mit den Mercedes-Benz Fashion Days im November oder mit den Fashion Days am Flughafen Zürich im Moment nicht genug haben, die haben die Möglichkeit, sich auch unter dem Jahr in Sachen Mode auf den neuesten Stand zu bringen. Man muss natürlich nicht auf die Fashion Days warten, um am Flughafen Zürich Fashion zu erleben und die neuesten Kollektionen zu sehen. Wir haben das ganze Jahr sowohl auf der Luftseite für unsere Passagiere, natürlich auch auf der Landseite für alle Besucher ein riesen Fashion-Angebot, ein grosses Sortiment, immer die neuesten Kollektionen und auch spezielle Sachen. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, sich auch inspirieren zu lassen, an den Promotionsflächen vorbeizugehen, die neuesten Sachen anzuschauen, ohne in den Laden gehen zu müssen. Die Fashion Days sind sicher in dem Zusammenhang auch die Zeit, wo auch in den Shops unsere Partner sehr viele besondere Sachen auch zur Verfügung haben. Mit der Zeitschrift Annabelle kann man die Mode auch nach Hause nehmen und das Ergebnis des Shootings bewundern. Und das ist gelungen.